Was macht eigentlich die Allianz, während die Horde so viel zu tun hat und die Horde so im Mittelpunkt der Lore steht wegen ihrem Kriegshäuptling Garish Hellscream? Ja, das ist eine Frage, die wir heute beantworten wollen, denn auch für euch geht es weiter. Nach dem Szenario, das dunkle Herz von Pandaria, da wurde man ja von dem guten Cho hier nach Dorotar geschickt, um selbst Mittelpunkt zu werden, das wird man auch eben hier als Allianzler, ich bin jetzt hier gerade ein Mensch und werde auch nach Dorotar geschickt, damit ich dort angreife. Ist aber auch für die Horde interessant, denn man sieht endlich mal die Quests bzw. die Events im Brachland, es sind ja gar keine richtigen Quests, die euch da entgegenkommen. Also, seid gespannt, was heute dran ist. Irgendwie müssen wir jetzt ja nach Dorotar kommen und daher lassen wir uns natürlich einfach beamen, ganz klar. Und zwar haben wir hier einen lustigen Gnom, der uns mit dem Teleporter hinbeamt und ja, einfach reinlaufen und bam, ist man in Ratchet. Und wenn ihr dann in Ratchet seid, ist es eigentlich auch gar nicht mehr so weit zu dem Stützpunkt, wo ihr hinkommt oder hinkommen sollt. Und das ist nämlich direkt bei Orgrimma und ja, wenn wir jetzt gleich mal auf die Karte schauen, sehen wir schon, ist rechts oben direkt über Orgrimmas Hügeln. Da ist es eingezeichnet in Dorotar, da fliegen wir doch jetzt einfach mal hin und sind da. Und da warten nämlich zwei Bekannte aus den Mist of Pandaria Kampagnen auf uns, nämlich hier Ember und Scully. Kennt ihr ja, ne? Die Scharfschützchen hier vom SI7 hat ja auch so eine Bubbel, so eine Tarnvorrichtung, will ich mal sagen. Und schickt uns jetzt hier los auf eine Mission, damit wir hier so ein bisschen Auskunft schaffen. Ihr wisst ja, vielleicht aus den anderen Videos von der Horde, dass hier vorher die Corkron sind, die sich hier, ja da unten marschieren sie auch, die sich hier klar machen schon, das alles einzunehmen. Und ja, ich soll jetzt das CAT, lustig, Operating System nehmen, was ich natürlich auch mache. Und ja, übrigens, wenn ihr da in Corkron reinlauft, dann werdet ihr auch tatsächlich enttarnt. Daher ein bisschen aufpassen hier tatsächlich auf euren roten Rahmen um euch herum. Ich dachte, so eine arme kleine Katze könnten sie nicht zu leide tun, die Corkron, aber ja, Corkron schlagen auch kleine Katzen. Schrecklich, oder? Diese Zustände hier bei der Horde. Ich weiß gar nicht, ne? Auch als Druide. Was wollen wir mal machen, wenn man als Katze rumlauft? Naja, egal. Ja, was haben wir jetzt hier? Angriffspläne auf St. Jin. Gut, letztlich werdet ihr sehen, der Angriff hat schon stattgefunden. Und da vorne, wo wir gerade von Druiden sprachen, das ist hier die Druidentrainerin, der Trolle. Und die sitzt hier tatsächlich in einem Gefängnis. Wir befreien sie natürlich. Wir sind ja nett, ne? Nette Allianz, guter Mensch und so. Und, ähm, ja. Ist auch eine Katze, ich meine, ne? Ich meine. Naja, ähm. Weitere Sachen gibt es hier natürlich auch aus Zukunftschaften, und zwar, ähm, Pläne. Wie sieht es denn mit den Versorgungslinien aus von den Corkronen? Was machen die da? Was haben die da? Und, ähm, wie können wir sie da unterbrechen vielleicht? Etc. Das will Varian natürlich wissen, denn Urkrimer ist wirklich eine Festung und nicht ganz so leicht ranzukommen. Wir haben dann jetzt hier Versorgungslinien gefunden, die uns erzählen, wie sieht es aus im Brachland. Brachland, wisst ihr, wird schon noch wichtig. Das zeige ich euch gleich. Das ist auch für beide Fraktionen wichtig. Da habt ihr gerade gesehen, wie Trolle fast exekutiert werden. Mein Gott, was sind das für Zustände hier? Wirklich fast wie in Nordkorea oder, äh, Nazi-Deutschland. All das ganz schrecklich. Ja, zurück bei Scully und Amber hier, ähm, geht es natürlich weiter. Wir geben ihnen die Sachen, die nötigen Informationen, und sie sagen halt, dass, ähm, ja, es innerhalb der Horde gärt, das stimmt natürlich, und eine ausgewachsene Troll-Revolution bevorsteht. Bisschen haben wir schon gestern mitgemacht, nicht wahr? Ja, ähm, das ist natürlich die Gelegenheit, äh, für die Allianz, da so ein bisschen, ne, was zu nutzen. Und, äh, er sagt auch, Moment, wir sollen den Trollen helfen. Na, obwohl, Jinn ist kein Dummkopf. Er wird den Vorteil einer vorübergehenden Waffenruhe erkennen. So kenne ich dich. Immer schön das Feuer schwören. Ja, seht ihr, so ist das bei der Allianz. Ist ja auch wirklich, äh, absolut im Interesse. Und da war ja, ja, kein Dummkopf ist, ähm, werden wir hier hingeschickt zu den Trollen. Zentarba, die kennen wir ja, ne, obwohl wir ja eigentlich gefangen, äh, genommen werden sollen von den Windreitern, die, äh, so rumflatternd fliegen, ähm, sagt sie, hey, ich bringe euch zu Vol'jin, gar kein Thema. Und, ähm, während dem Weg erzählt sie uns auch eine kleine, äh, Geschichte. Leider alles noch nicht, ich weiß nicht genau. Ähm, vielleicht später. Naja, also er sagt halt, oder sie sagt halt, ihr müsst unsere Vorsichtsmannsnamen verstehen, denn immerhin führen wir Krieg gegen unseren eigenen, naja, Kriegszeugblingen, ne? Und, ähm, der Feigling hat, äh, versucht Vol'jin töten zu lassen, aber einen Troll kann man nicht so einfach töten. Jetzt heißt es Krieg, äh, gegen Garish, äh, und ja, dass er halt den Zorn des Dunkelsperrstamms, äh, hört, und so weiter, Sentjins, ähm, Räuber haben, hat man bereits zurückgeschlagen, hatte ich euch ja schon erzählt, und jetzt kommen wir, äh, zum Hauptgewinnen, Orgrimma. Also, sie wollen halt Orgrimma angreifen, ähm, das wissen wir ja auch schon, und zuerst braucht man halt Ressourcen, auch das wissen wir schon, nämlich Stein, Holz, Öl und Fleisch, klar, ne? Überlagerungsmaschinen bauen, äh, die Leute müssen da brennen, Orgrimma, etc., ne? Und, äh, das ist nichts für Weicheier, damit ihr aber Bescheid wisst, ne? Äh, ist halt eine ausgewachsene Revolution, wenn ihr mitmachen wollt, dann, äh, solltet ihr euch auf einen ordentlichen Krieg gefasst machen, also, wenn ihr schwache Nerven habt und Angst habt, dass irgendwie Kätzchen verletzt werden, das kann passieren, leider. Ja, da ist Vol'jin, der traut uns natürlich nicht so richtig, ich meine, Allianzler, was sollen das denn? Hier stinkt's übrigens. Ich weiß auch nicht genau, warum, die sollten nicht immer sauber machen, aber naja, Trolle, ne? Was will man warten? Trolle, Bären, in einem Lager, naja, egal. Ähm, ja, Vol'jin, äh, sagt halt natürlich, ja, wenn ich euch trollen, äh, trollen soll, trauen soll, dann bringt mir doch erstmal hier 15 Holz, äh, nimmt da die Gelegenheit natürlich, äh, relativ, ähm, mit, dass wir hier für ihn was sammeln, nämlich Bauholz, Stein, Öl und Fleisch. Wo findet man das? Auf den vier Punkten, die ihr hier auf der Map eingezeigt seht, auf der 1, äh, fängt's an mit Öl und dann gibt's oben links gibt's, äh, Holz, dann gibt's noch, ähm, Fleisch und unten, äh, Stein. Ja, hier, ähm, man sieht das auch, die heißen halt so ein bisschen, ne? Hier, Ingenieur, und da sieht man das auch drumherum, wenn ihr das jetzt sehen würdet, dass es da gibt's übrigens auch für die, äh, Horde natürlich dieselben Quests, also ihr müsst auch, ähm, vor der Rebellion, äh, diese Sachen zu Vol'jin bringen, die könnt ihr dann auch hier sammeln, einfach die Typen töten und dann droppt das, beziehungsweise gibt's halt hier zum Beispiel ein Ölfass, äh, und da ist dann auch das Öl drin, und, äh, wenn man die tötet, hat auch immer jeder von denen ein Öl mit, ähm, in den jeweiligen Lagern, also wenn wir jetzt mal hier die looten, dann werden wir das sofort mal sehen, da haben wir nämlich, ähm, Kupfer, Öl und ja, immer, wie gesagt, hier geringe Amulette des, äh, Glücks und irgendeinen anderen Kram natürlich auch noch. Die Ölfässer kann man auch nehmen, weiter oben, hatte ich schon erwähnt, gibt's Holz. Hier haben wir, äh, auch die deutlichen Anzeichen, dass da Holzschad rumliegen, die kann man übrigens auch dort einfach aufsammeln, ja, da seht ihr Holz, ne. Dann, äh, weiter unten gibt's Fleisch, da wird man dann auch relativ schnell sehen, da sind nämlich Schlachter und überhaupt, äh, die droppen halt einfach Fleisch. Da könnt ihr dann 15 Fleisch aufsammeln. Das, äh, gibt's übrigens keine Daily Quests, es gibt nur eine Weekly Quest später, die hatte ich euch ja schon gezeigt. Ist sehr angenehm irgendwie, dass man nicht von 15 Daily Quests erschlagen wird. Ja, und hier unten, äh, in dem Lager gibt's dann Stein. Äh, da sieht man dann sind so Elementare, Erdelementare, die die hier beschwören. Wir haben hier auch Schamanen und da kann man dann halt den Stein sammeln. Ja, eine andere Sache sind noch die Kommandanten der Korkron. Die haben echt viel HP. Ich glaub, die hat, äh, ich weiß gar nicht wie viel, 33 Millionen oder sowas gehabt oder noch mehr. Keine Ahnung. Und da braucht man schon die vereinten Kräfte um die umzauern. Das Problem ist, dass die auch hier wieder nur Faction-Loot hat. Also, hier hat ein Hortler getaggt und, äh, ich als Allianzler konnte da nicht mitlooten. Das sollte Blizzard vielleicht nochmal verändern. Naja, am Ende, äh, gibt man dann alles ab bei Vol'jin, äh, wiederum. Der dann sagt, Mensch, jetzt, bevor ihr mir hier, ne, ein bisschen was gebracht habt, dann trau ich euch ja vielleicht doch. Und, äh, ihr könnt halt auch dieselben Quests machen, bei denen wir gestern schon aufgehört haben, bei Für die Horde. Also, diese Quests im Brachland sind gleich, beziehungsweise diese Events dort sind gleich. Man kann auch Karawanen eskortieren, hatte ich ja auch schon mal gemacht in einem früheren Video. Ähm, dafür gibt man, kriegt man dann auch so Vorratskisten mit, äh, allem von dem Zeug, was wir hier sammeln drin. Und, ja, also das als, äh, Allianzler. Morgen geht es dann nochmal weiter mit der Quest von Chen Sturmbräu. Freut euch schon drauf. Wird auch ein sehr cooles Video. Und ich danke euch fürs Zuschauen und sage, für die Allianz, bis morgen. Euer Venjen. 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 Euer Venjen.